Ja, heute noch einmal das Thema von der heute Abend stattfindenden Talkshow. Und zwar in meiner Sprache. Das ist das Thema. Liebe WählerInnen, liebe Arbeitende und liebe Parteimitglieder, wie machen 7 aus 18 externe Reformer ihr Leben viel? Ziel. Erstens gesünder und länger, zweitens reicher, drittens glücklicher. Wobei der Fokus heute auf dem Roten liegen wird, nämlich gesünder und länger und glücklicher. Ja, denn, ach so, übrigens hier rechts unten an dem rundlichen Ding, bitte die Geschwindigkeit schneller drehen, da ich ja so langsam rede. Aber ich will ganz kurz hier zeigen, Fokus heute Abend, der Moderator hat auf diesen Fragekomplex gelegt und er hat also eigentlich meine Frage nur umformuliert, aber gut umformuliert, sehr gut umformuliert. Wir leben in einer Gesellschaft mit zunehmenden physischen und psychischen Krankheitsbildern. Mit welchen Reformkonzepten kann Ihre Organisation, also diese Frage geht an die externen Reformer, mit welchen Reformkonzepten kann Ihre Organisation die körperliche und seelische Gesundheit der Bevölkerung wiederherstellen und dauerhaft aufrechterhalten? Das ist doch schön formuliert. Ich rück's nochmal in die Mitte hier. Ja, das ist doch die Schlüsselfrage der Menschheit, ja, denn es geht ja letztendlich darum, sozusagen, den Rubikon zu überschreiten. Ja, wir haben die Menschheit, es ist nicht so, dass die Menschheit sozusagen, ja, 50 Jahre hinter der Wissenschaft zurück ist. Sie ist hunderte von Jahren hinter der Wissenschaft zurück. Also, wir haben im Internetfernsehen, sieht man, wie viel es noch gibt an Flacherdlern, die also noch nicht mal den Rubikon überschritten haben zum Thema Gravitation von Sir Isaac Newton. Und dann haben wir unendlich viele Kreationisten weltweit, die also den Rubikon zu dem universellen Prinzip oder dem Naturgesetz, wie ich es nennen würde, von Mutation und Selektion noch nicht überschritten haben, also noch nicht bei Sir Charles Darwin und Wallace angelangt sind. Und, ja, das heißt also, es geht um die Frage, welche externen Reformer schaffen es auch, diesen Rubikon zu überschreiten, diese beiden Rubikons. Naja, das mit dem Flacherdler schaffen ja die meisten irgendwie schon noch, ja. Dass, was weiß ich, die Gravitationskräfte dazu führen, und dass Objekte im All eher dazu tendieren, eine rundliche Form anzunehmen als eine flache Form anzunehmen, ja. Dass, dafür sorgten ja auch die Gravitationskräfte immer eine Anziehungstendenz hin zum Mittelpunkt und das führt dann immer zu einer tendenziell rundlichen Form. Und, ja, und wer diesen Rubikon, wer diesen Rubikon noch nicht überschritten hat, übersieht die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, Die zwangsläufige Gesundheits- und Glücksreduktion übersieht man und versteht deshalb auch nicht, wie unendlich wichtig die starken positiven Anreize sind und weswegen diese Formel so wichtig ist. V.I.s aussterben lassen durch P.A.s, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, ja. Aber, nochmal, weil das so wichtig ist, wenn man diesen Rubikon zu Sir Isaac Newton und Sir Charles Darwin noch nicht überschritten hat, sozusagen, übersieht man die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, diese Killerviren des Geistes und die zwangsläufige Gesundheits- und Glücksreduktion und versteht deshalb nicht, wie unendlich wichtig die starken positiven Anreize sind. Ja, und wie wichtig deswegen die Formel ist, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, man muss vielen externen Reformern sagen, und ich bringe ja heute wieder sieben von 18 mit, und zwar, ja, erwähne ich gleich, man muss den meisten externen Reformern sagen, sie lassen mich beim glücklicher werden und beim gesünder werden, allein. So, und zwar, welche externen Reformer bringe ich mit? Die Gemeinwohlökonomie, die hat zumindest mal die gute Absicht, die wir, die nextscientistsforfuture.de, als zweiter externe Reformer auch haben, nämlich sozusagen diese gute Absicht, sozusagen letztendlich die Wirtschaft in Richtung Gemeinwohlorientiertheit zu lenken. Aber kommt die GWÖ auch bei meiner Gesundheit an und bei meinem Wohlfühl und bei meinem Glücklichsein? Ich fürchte nicht, ja, denn sozusagen sie erfasst weder, wenn ein vorteilbringender Irrtum dazu führt, dass ein Bio-Bäcker mich vielleicht mit giftigem Brot schleichend verseucht. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches, ja, machen wir uns mal ganz klar. Unsere Nahrungsmittelindustrie vergiftet uns mit gezuckerten Produkten. Und die Tatsache, dass man normalerweise, wenn man so eine schleichende Vergiftung mit Arsen durchführt, dass man dann schon im Laufe von einigen Jahren todkrank wird dadurch. Wo ist da bitte der Unterschied? Bei Zuckerprodukten brauchen sie vielleicht 20 Jahre, bis sie todkrank werden. Aber es ist doch dennoch eine schleichende Vergiftung, die einfach legal ist in unserem System, weil unser System keine Messgrößen hat für die Erfassung dieser schleichenden Gesundheitsvergiftung. Und ja, letztendlich schützt mich auch davor, die Gemeinwohlökonomie schützt mich davor nicht. Davor schützen nur die Next Scientist for Future, weil sie die Gesundheitsdaten messen wollen, das Wohlfühlen, das den Glückszustand messen wollen und den zum Grundlage für die positiven Anreize, zum Beispiel Verdienstzuschüsse machen wollen, sodass dann also die Wirtschaft gelenkt wird, mein Glück und meine Gesundheit maximal fördern zu müssen. Ja, und dann hört auch diese schleichende Vergiftung auf. Und Nico Pech versteht auch die Suchtkrankheit durchaus. Also er spricht ja immerhin diese Konsumsuchtkrankheit an. Wir haben ja allerdings noch viel mehr Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Sucht, Medikamentensucht, Drogensucht und, und, und die ganzen Süchte. Und wenn man diese ganzen Süchte sieht, dann müsste, hätte eigentlich Herr Professor Nico Pech mit seiner Postwachstumsekonomie und die Großüberlegung, hätte es verstehen müssen, dass dieses Suchtproblem ein viel gravierenderes ist, als dass man es mit einem Aufruf zur Genügsamkeit und zum Verzicht auf die Suchtmittel sozusagen beheben könnte. Das kann man nicht. Das ist, man muss den Menschen wieder ganz viel Glücklichsein geben, damit sie ihre Suchtmittel liegen lassen sozusagen. Und das kann nur, die können nur die Next Scientists for Future. Und Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt, ja, er sagt wenigstens richtig, dass wir sozusagen mit dem Mindestlohn Massenarbeitslosigkeit begünstigen und erzeugen. Interessant, er geht nur nicht so weit, sich zu trauen, zu sagen, was die Next Scientists for Future sagen. Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflöhne wurden in unser Bewusstsein gebracht als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspadler, die ja alle davon profitieren, wenn es eine Armee an Dauerarbeitslosen gibt sozusagen. Und da wäre jetzt auch die Antwort interessant von Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen, vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, wie er jetzt die Gewerkschaften und die Tariflöhne verteidigen würde gegenüber den Next Scientists for Future und wie er den Mindestlohn gegenüber Professor Hans-Werner Sinn verteidigen würde. Das wäre doch interessant. Und dann haben wir sozusagen die Matriarchatsfraktion, Ottmar Lathorff, linke Aktivist, und die linke Frau Dr. Göttner-Abendroth mit der Matriarchatsforschung sozusagen. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, ob ich das auch gemacht habe. Ja, da steht es hier, Dr. Heide-Göttner-Abendroth, Matriarchatsforschung. Ja, und das ist eben die Schlüsselfrage sozusagen. Matriarchat ist das sozusagen die, sind das Hinweise auf die glückliche, also Professor Franz De Waal hat ja auch berichtet über die Matriarchalität der Bonobos und so weiter. Ist denn das alles Hinweise auf unsere ursprüngliche glücksbringende Lebensform, die uns wegmanipuliert wurde durch die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, unseres entgleisten und ungelenkten Tauschhandels- und Marktsystems sozusagen? Ja, das ist die Schlüsselfrage. Ja, dann noch ein paar Erwähnungen, also wie machen, also ganz kurz, wie machen, liebe, wie machen dieses, aber in der Summe, dieses 7 aus 18 externen Reformer, jetzt diskutiert von den Next Scientists for Future, ja, wie machen die also unser Leben viel gesünder und länger, indem eben grundsätzlich alle Teile der Wirtschaft positive, starke positive Anreize bekommen, wenn sie messbar unsere Gesundheit und Langlebigkeit fördern und unser Glücklichsein fördern. Daraus resultiert nebenbei ein riesiger Reichtum für uns alle, weil wir nämlich die gesamten Krankheitskosten, die uns schier erdrücken, ja alle einsparen können über kurz oder lang. Also wir werden vielleicht in ein paar Jahren nur noch 10 Prozent der bisherigen Verluste für Krankheit in der Gesellschaft haben und werden dann ein riesiges Wirtschaftswunder und wenn wir alle Behörden noch gesund schrumpfen und all diese völlig überflüssigen Dinge gesund schrumpfen und die Leute alle wieder in der Wirtschaft arbeiten und dort einen riesigen wirtschaftlichen Erfolg für Deutschland erzielen werden, werden wir ein riesiges Wirtschaftswunder haben von ja circa 500 Milliarden Euro jährlich und dann werden alle, sie alle, liebe Arbeitende, liebe, wir machen Politik für sie als Wählerinnen, als Arbeitende und sie werden alle viel reicher werden. Ja, denn wir machen keine, die Next Scientist for Future empfehlen den Parteien keine Politik für irgendwelche Splitterminderheiten, sondern wir machen die Politik für die, die zur Wahl gehen und die zur Arbeit gehen. Ja, und so soll es ja auch sein, denn für Splittergruppen gegen die arbeitende Gesellschaft sozusagen Politik zu machen, das kann nur scheitern, ja, ja, also dann jetzt noch ein paar Bemerkungen. Die Hausarztersatzpraxen, das ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Jeder, der irgendwie beraterisch tätig ist, muss in Zukunft dann auch, wenn es nach den Reformen der Next Scientist for Future geht, sich anmelden als Hausarztersatzpraxis, damit er eben auch der Leistungsmessung unterworfen ist, ja. Denn wir wollen ja keine, wir werden keine Wunderheiler zulassen, die nebenbei, neben dem Gesundheitswesen, noch versuchen, ihr Unwesen des Abzockens zu machen. Deswegen wird das so sein, dass wir diskutieren müssen, ob jeder, jeder Versicherte, sich zwei bis drei Praxen wählen darf als seine Hausarzt- oder Hausarztersatzpraxen oder Hausarztersatzgesundheitskommunen oder wie auch immer man das dann nennen wird, ja. Und jeder darf sich zwei bis drei wählen, sodass er also sozusagen einen, vielleicht einen klassischen Hausarzt dann hat, dann vielleicht noch eine Hausarztersatzpraxis, in der es in erster Linie um Psychologisches oder um Gespräche, um Beratung geht. Und ja, vielleicht eben im Notfall auch noch eine Dritte sozusagen. Aber im Prinzip wird es nicht mehr erlaubt, irgendwelche Formen von Beratung, da wird also das Gewerberecht geändert, außerhalb des Gesundheitswesens und seiner Leistungsmessung durchzuführen. Denn sozusagen jede Praxis muss dann, wird dann geführt in dieser Rangliste des Bundeswahlleiters, der Landeswahlleiter und so weiter und der statistischen Bundes- und Landesämter und so weiter, sodass jeder Bürger immer in der Umkreissuche erkennt, welche Ergebnisse haben denn diese Hausarztersatzpraxen. Und da sind ja dann auch alle Pflegeheime und Alten- und Pflegeheime aufgeführt in ihrer Gesundheitsleistung und sie sind direkt vergleichbar mit ihrer Ranglistenposition und so weiter, ja. Also das heißt, dadurch können sie direkt immer schauen, aha, aha, das beste Alten- und Pflegeheim von der Gesundheitswirkung ist das und das und ist natürlich, ja, sozusagen, ich wollte gerade einen Scherz machen, ich lasse den mal weg. Also, und dann sehen Sie, welche Hausarztersatzpraxen sind am besten, welche Gesprächspraxen sind am besten, ja, das können Sie direkt immer an der Umsatzkreissuche sehen, welche psychologischen oder Gesprächspraxen, die dann hoffentlich alle die VIAT praktizieren, die vorteilbringende Irrtümer-Abbautherapie, ja, Aussterben-Lassenstherapie oder Abbautherapie. Ja, also wie gesagt, Recht auf Hausarztersatzpraxisanmeldung und Pflicht zur Hausarztersatzpraxisanmeldung. Und jeder Versicherte darf sich zwei bis drei Praxen wählen, sodass er dann sein gesamter Beratungsbedarf abgedeckt ist, ja. Solange er sich auf Lebensfragen bezieht und damit im weitesten Sinne um psychische Gesundheitsfragen und ähnliche Dinge bezieht, ja. Und ich reiße das jetzt mal hier raus, oh, jetzt mache ich gerade was kaputt, dann muss ich es halt doch mal neu schreiben, noch, na gut, dann muss ich das gleich noch machen. So, dann, da wandert eine Maus rein, die hier nichts zu suchen hat. So, dann, Sie haben es ja mitgekriegt, wir bezeichnen ja unsere Arbeit als externe Reformer, auch als Wissenschaftshandwerk im Bereich Staatsmanagement und Reformen-Design, Reformen-Design. Dazu muss ich kurz sagen, zum Beispiel habe ich, das ist bei uns aber ganz normal, habe ich also die Situation der Marktleiter und das Thema, wie wir es schaffen können, die Anreize so zu setzen, die positiven Anreize, das und überhaupt Anreize so zu setzen, dass vom Verfall bedrohtes Essen es nicht mehr gibt, also dass wir keine, dass die Supermärkte, wie wir es schaffen, dass wir sie das erfüllen können, dass sie tatsächlich nichts mehr wegwerfen dürfen, sondern rechtzeitig verkaufen müssen sozusagen. Und da war ich dann natürlich noch in der Entwicklung und habe so gesagt, dass die Mitarbeiter das kaufen müssen. Und ich glaube, das Beste ist, wenn diese Mitarbeiter die marktleitenden Personen sind, also alle, die zu dem Kreis der Marktleiter gehören, die sind dann auch verpflichtet, sozusagen das vom Verfall bedrohte zu kaufen am Ende, auch das Verschimmelte zu kaufen, mit nach Hause zu nehmen und dort dann wegzuwerfen. Denn dann können die Marktleiter ihren Mitarbeitern signalisieren, wir können sie hier nicht in diesem Markt halten als Mitarbeiter, wenn sie nicht für den rechtzeitigen Abverkauf sorgen von Produkten, die sich dem Verfall nähern, sozusagen. Und denn ich muss das dann persönlich als Marktleiter müssen, wir marktleitenden Personen müssen das dann kaufen und verlieren dadurch dann viel Geld, dass wir ständig verschimmeltes Zeug nach Hause tragen müssen, weil sie als Mitarbeiter nicht ordentlich ihre Arbeit machen. Und vielleicht macht man dann für bestimmte Lebensmittelbereiche bestimmte Mitarbeiter zuständig oder von Tag zu Tag zuständig. Und dann sichten die und sorgen dafür, dass nichts verdirbt, sondern rechtzeitig abverkauft wird, sozusagen. Und das ist so, sozusagen, so feilen wir nach und nach daran, welche Anreize muss man wie setzen, damit es dann auch zum guten Ergebnis kommt. Ja, also, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden. Heute, die Sendung ist sehr kurz, weil ich noch viel zu tun habe in der Vorbereitung auf die heute Abend stattfindende Talkshow, die Sie ja dann in den nächsten Tagen wieder sehen werden. Und ja, also, liebe Wählerinnen, Wählerinnen, liebe Arbeitende, liebe Parteimitglieder, die Next Scientist for Future nutzen alle externen Reformer, diskutieren gerne mit denen und erläutern dann, dass man den Rubikon überschreiten muss, dass man den kreationistischen Rubikon unbedingt überschreiten muss, dass man das universelle Prinzip oder nicht nur das universelle Prinzip beziehungsweise Naturgesetz von Sir Isaac Newton nutzen muss, dass die Gravitationsregel oder Gravitationsgesetz, sondern auch Mutation und Selektion als universelles Prinzip unbedingt nutzen muss, Variation und Selektion, weil daraus deutlich wird, wie sehr unser jetziges Tauschhandels- und Marktsystem unsere Gesundheit und unser Lebensglück angreifen musste. Und das mache ich jetzt noch mal zum Schluss, ganz kurz. Und wie deswegen die Next Scientist for Future durch die Auswertung aller externen Reformer ihr Leben viel gesünder und glücklicher machen werden. Next Scientist for Future Arbeitskreis vom Weltrat, World Council. Und hier, also noch einmal, hier haben Sie den ersten Früharzt und Frühhändler. Und der sagt Ihnen nur Wahrheiten. Und jetzt kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion der erste sich irrende Früharzt und Frühhändler. Und der redet alle möglichen Vorteile, also alle möglichen Irrtümer redet der, die aber die Menschen dahin manipulieren, Angst vor ihren eigenen Glücksquellen zu bekommen. Zum Beispiel vor der matriarchalen Lebensweise zu bekommen, also vor dem matriarchalen Bonobo-Kommunismus zu bekommen. Und dann daraus resultiert ein riesiger Glückshormonmangel in den Menschen. Und sie kaufen, werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, alkoholsüchtig, also süchtig nach allem Möglichen und kaufen hier diesem sich irrenden Früharzt und Frühhändler alle möglichen Produkte ab. Sie werden außerdem chronisch krank natürlich durch ihre Süchte und so weiter. Zuckersucht und was weiß ich, Immersucht, werden die Leute chronisch krank. Und dann kann dieser hier viele leibliche Kinder ernähren, wird der Vorfahre nicht nur von Trosten, Wieler und Lauterbach, sondern auch von Alnatura, Aldi, Lidl und Co. Und hier findet er sogar geistige Nachfahren, die dann auch irgendwann explodieren. Und diese vorteilbringenden Irrtümer, diese parasitären Meme, also die gesamte Welt verseuchen mit diesen parasitären Memen, diesen Killerviren des Geistes. Und dadurch haben wir am Ende eine durchmanipulierte Weltbevölkerung, die nicht mehr klar bei Verstand ist, sondern nur noch durchmanipuliert ist. Und in dem Zustand befinden wir uns jetzt. Und dieses Problem können wir nur lösen, indem wir VIs aussterben lassen durch PAs, also indem wir hier starke positive Anreize setzen. Dann müssen diese ganzen Leute hier ihre Irrtümer korrigieren und durch Wahrheiten ersetzen. Die Wahrheiten kriegen sie von den Next Scientists for Future und von diesen wahrheitsorientierten Ausnahmewissenschaftlern. Und dann rücken, generell rücken die mit den Wahrheiten in die erfolgreiche Position und die mit den Irrtümern, falls sie sie hartnäckig beibehalten sollten, rücken in die Aussterbensposition hier. Hier versiegt das evolutionäre Rinnensaal und führt zum Aussterben. Und ja, und das, damit ist alles gesagt, ja, also damit ist alles gesagt, die einzigen aus den 18 externen Reformern, die eine Garantie für ein glücklicheres Leben sind und ein gesünderes und längeres Leben sind eben die Next Scientists for Future. Deswegen sollte jede vernünftige Partei sagen, ja, wir reden ständig mit den 18 externen Reformer, wir ziehen die hinzu bei jeder Reform, aber als Schwerpunkt verlassen wir uns auf die überlegene Expertise der externen Reformer Next Scientists for Future.de vom Weltrat. Ja, also Tschüssi und wie gesagt, heute Abend in den nächsten Tagen erhalten Sie dann die Talkshow zu sehen. Tschüssi, bis bald.